Dieses Geräusch, wenn die Schürze den Boden mitnimmt. Das ist so uncool. Ah, ich seh es doch. Ich seh es. Es ist doch... Am Tag für uns ist es nicht so gut sehen. Sieben Nachts ist es natürlich besser. Sieben Fünfer wieder. Sehr nice. So, wir gucken mal weiter. Wir gehen wieder auf die Map. Und schauen mal ein bisschen weiter.